Wo ist denn hier der Ausschalt da? Ach da. Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge. Let's play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, Road to Max hier. Also ich habe nicht mehr ganz ganz so viel zu tun und das Ende, also jetzt nicht so ganz, das Ende von diesem Spiel hier, aber dass wir hier vielleicht dann doch mal irgendwann zum Ende kommen mit diesem Account hier. Das halte ich natürlich immer ganz gerne mit euch fest. Und der Chef hat hier eben ganz ganz klare Worte gesprochen. Corona legt gerade alles lahm und alle spielen verrückt. Das kommt mir nicht in den Clan. So, der Chef hat gesprochen. Er will nämlich, dass das hier so halbwegs normal bleibt und wird. Aber wir müssen noch ein bisschen was reinfarmen für unsere letzte Kanone. Also ich muss doch noch ein bisschen was machen hier. Ihr seht das. Ein Kanönchen und ein paar Bomben. Wenn du jemandem erzählst, die ist jetzt auch schon auf 5. Wenn du jemandem erzählst, der dieses Spiel hier anfängt, ihr wisst ja, ich glaube, der erste Update der Bombe kostet 1000 und du erzählst ihm später, die kosten später 3,2 Millionen, dann hat er schon keinen Bock mehr zu spielen. Also ist schon heftig. Ich meine, das ist schon mit Goldpass Reduzierung. Schon mit Goldpass Reduzierung. Und ein bisschen können wir hier auch machen. Also auch hier können wir hoffentlich uns vielleicht den Skin hier gönnen. Mal sehen. Die Challenges, die passen mir eigentlich, passen mir im Moment nicht wirklich gut. Obwohl wir eine eigentlich fertig machen können, gerade mal im Nachtdorf. Eine können wir eigentlich fertig machen, wenn ich jetzt zwei Stempler kriege. Also zwei Crusher. und die könnten wir auch erreichen. Okay, die können wir erreichen. Dann nehmen wir uns die auch mal mit, würde ich sagen. Und klären hier schon mal so ein ganz, ganz kleines bisschen. Mal grad gucken, wo wir noch so ein bisschen was wegziehen können. Okay, der hat da wahrscheinlich Bömmchen. Aber wir können schon mal den Uhrenturm machen. Zu dem Uhrenturm habe ich auch was ganz besonderes. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass sich der, dass sich der Zeiger hier auch während des Angriffes immer noch dreht. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber es gibt noch eine andere Sache zum Umrenturm. Die ist mir auch nicht aufgefallen. Zeige ich euch gleich. So, das müsste jetzt aber eigentlich gleich reichen. Dass der schon mal weg ist. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Zwei Minuten. Okay. Können wir die hier rein spammen. Können die ihren Longshot so ein bisschen besser machen. Und ich glaube da lauten doch einige, einiges an Fallen. Da geht der hin, da geht der hin. Dann lasse ich mal jetzt meine Maschine hier schon mal rein. Meine Kampfmaschine. Ah, sieht ganz gut aus. Ganz gut aus. Jetzt schon, Leute. Oh, mach den einen Stempler weg. Okay. Ich habe auch immer Begriffe manchmal hier. Hier dafür Stempler. Alles klar. Tutu macht den Stempler weg. So, aber ich glaube den anderen kriegen wir schon nicht mehr. So weit kommt meine Meute hier nicht. Das habe ich mir schon wieder gedacht. Ah, schade, schade, schade. Okay, aber mal sehen. Vielleicht wird der Angriff ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann ich ihn natürlich nur noch auslaufen lassen. Da meine Maschine jetzt schon weg ist. Außen knabbern noch so ein paar Skellys. Das sah aber trotzdem ganz gut aus. Über 70 Prozent. Da bin ich auch noch mal eigentlich ganz gut zufrieden. Dann könnte das... Oh, da... Scheiße, die Bombe. Dann könnte das... Dann könnte das meistens oder manchmal für einen Sieg reichen. Ja, reicht auch für einen Sieg. Aber es reicht noch nicht. Och, nö. Es reicht noch nicht für... Oh, ich kann meinen... Ich kann meinen Uhrenturm aber anstüpsen. Okay. So, da läuft jetzt auch die Uhr. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hier bei den Passspielen. Da läuft auch die Uhr. Ich hatte... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es so ein bewegliches Item hier gibt. Hier innen drin. Also so... Also etwas mit Animation. Und auch hier dreht sich... Oder dreht sich ja die... Die Uhr so ein bisschen. Und dann können wir hier eigentlich... Ähm... Jetzt schon wieder angreifen, oder? Ach, Alter, das... Der Boost hier ist gigantisch. Aber demnächst haben wir ja nur noch alle 22 Stunden einen Boost. Und wir müssen wieder einen Stempler machen. Wunderbar. Und da machen wir auch nur noch den einen Stempler. Dann seid ihr... Dann seid ihr erholt vom Nachtdorf. Ähm... Ist, glaube ich, besser so für euch, ne? Ist, glaube ich, besser so. Obwohl so ein bisschen Nachtdorf so hochschlecht ist es hier gar nicht. Ich... Ich meine, wenn ihr jetzt Max bist oder ziemlich weit bist, dann... Dann macht das natürlich auch Laune, aber auch die kleinen, aber fein. Oh, komm, noch einmal zünden. Das haben wir gepackt. Und wir haben auch einen Crusher gepackt. Okay, wunderbar. Dann haben wir in jedem Fall das Passspiel schon mal fertig. 200 Punkte wieder mehr. Das freut mich natürlich. Dann geht's Richtung Queen auf jeden Fall ein bisschen schneller voran. So, ein bisschen schneller voran. Naja. In dieser kleinen, aber feinen Krise kann man ja schon nicht mehr sagen. Können wir gerne wieder ausdiskutieren in den Livestreams. Ähm... Was dort... Also, es gibt ja nichts zu diskutieren. Es gibt ja jetzt nur noch Fakten, Fakten, Fakten. Und alles das, was verboten ist und was wir nicht mehr machen sollen. Ähm... Ich hoffe, ihr haltet euch da genauso wie ich dran. Also, meine Hände haben wir schon extremst gelitten. Okay, den haben wir aber fertig hier. 200 Punkte. Und damit haben wir... Oh, 40 Punkte. Shit. Komm. 40 Punkte. Wo soll ich die denn jetzt machen? Okay. Im anderen Dorf, alles klar. Im anderen Dorf mit Angriffen hier. Ich bin ja ein bisschen höher jetzt im Moment von den Pokalen. Das heißt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Lupe. Stört mich eigentlich ein bisschen. Denn, äh... Ich kann mich gar nicht... Ich kann das gar nicht mehr so ausleben. Das Clash of Clanssen hier, wie ich es eigentlich immer gerne mache. Und dann findest du manchmal auch keinen. Wenn man so im Boost ist, dann ist das doch schon sehr, 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 sehr störend. Ähm... Dass du hier so lange Wartezeiten hast. Also, ich find's nicht gut, ähm... Dass hier, gerade wenn es Richtung Titan geht, schon mit der Lupe losgeht. Und da muss ja durch Titan durch mit der Lupe. Um dann irgendwie... Nach Legende zu kommen. Okay, was können wir hier eigentlich machen? Single Inferno, Single Inferno. Single Inferno. Hatte ich ja heute Morgen schon was zu gesagt zu Single Inferno, ne? Wir können eigentlich hier mal mit dem Blimp rein. Ich hab hier eigentlich auch... Was hab ich denn hier drin? Ich halte hier immer drauf. Sag mal, wie muss ich ihn hier drauf halten? Seht ihr das? Ich halte hier gerade immer mein Finger drauf. Ah, okay. Da ist auf jeden Fall das... Das passende drin. Und... Dann schicken wir den aber nicht... Nicht einfach so dahin. Sondern den schicken wir mal... So dahin. So, wir gucken mal, ob das... Oh, scheiße. Blimp. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Okay. Oh. Ah, jetzt hab ich meinen Klon hier mal so richtig verhämmert. Na, doch nicht. Geht noch. Shit, der Feger. Okay, so mit Elektronachen hab ich's ja jetzt mal gar nicht, ne? Ah ja, okay. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich hab da gar nicht dran gedacht, dass wir hier mit... mit Klonzaubern spielen. Und da machen wir das hier hinten einmal weg. Dann nehmen wir auch zwei Stück, würde ich sagen. Und friesen dieses ganze Compartment mal. In der Hoffnung, dass da ein bisschen was geht. Das sieht noch ganz gut aus. Und nochmal. So, dann haben wir den Weg nach dahin schon mal fertig. Und können jetzt eigentlich hier dann diesen Weg nehmen. Jetzt haben wir nur nicht mehr so viele von denen... So, mach das Lager weg. Gut. So, der Worden steht nach oben. Wunderbar. Und dann kann's hier durchgehen. So, wo war da der fiese? Da. Da ist der olle fiese Feger, ey. Mann, Mann, Mann. Mal sehen. Wenn sich eigentlich meine Championatin mal annehmen dessen. Oder halt meine Queen. Guck mal. Ich muss nicht das Rathaus kriegen. Das wisst ihr. Ich muss nie das Rathaus kriegen. Ach. So schlecht war er jetzt doch nicht. Geht so. Es geht so. Meine Royale, die stürmt aber davor. Meine Herren. Die Gladiator... Die Gladiatorin will's aber wissen. Okay. Die Gladiatorin will's wissen. Komm, King. Machen wir ein bisschen schneller da. Dann wird das hier noch was. Eine Luftabwehr haben wir nur noch. Und das Rathaus. Plus... Wo ist denn eigentlich meine Queen? Ich sehe meine Queen nicht mehr. Wo ist meine Queen? Oh, die steckt da irgendwo mitten drin, oder? Ach, da ist sie. Da ist sie noch in ihrem alten Gewand. Okay, haben wir gepackt. War gar nicht so schlecht der Angriff. Okay. War gar nicht mal so schlecht. Eiei, 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 eiei. Das ist aber auch... Das ist hier noch das Eventspiel. Und da bastel ich die ab und zu mal. Aber war ja ganz in Ordnung. War ja ganz gut. Die drei Sterne tun mir wahrscheinlich auch noch gut. Dann kriege ich nämlich nochmal ein bisschen Bonus. Nochmal ein bisschen Bonus hier rein. 26 Sekunden. Und drei Helden haben überlebt, also. Ah. So olle war es jetzt nicht. Dafür, dass das so ein holpriger Anfang war, war es ganz schön... War es noch ganz schön am Ende. So, da haben wir noch wieder einen Blimp. Den bauen wir auch hier nach. Und... Ach, da habe ich einen Klon. Ja, okay. Ich habe da einen Klonzauber. Alles klar. Eben neu anfordern. Einmal Boden. Gut. Weil wir danach eine Bodenarmee haben. Und jetzt müsste ich eigentlich mit der Clanburg hier meine letzte Kanone schaffen. Jo, ich kann hier einen Bauarbeiter losschicken. Okay. Also Leute. Letzte Kanone läuft. Hier hinten ist er. Und dann können wir auch ein bisschen Mauer machen. Wir wollen ein bisschen was updaten hier im Dorf. Damit das hier auch mal was wird. Nicht in Worten. Okay, dann nehme ich jetzt andere Mauerstücke, wenn ihr euch nicht auswählen lasst. 4, 8, 4, 8. Hier können wir eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Denn wir können auch mal so ein bisschen... Zwei Bobs habe ich noch. Einen lasse ich mir ja meistens frei für Mauern. Dann können wir eigentlich hier aus dem Pass ein bisschen was rausholen. Ich gucke mal. Oh, da muss ich ganz nach vorne scrollen. Ich gucke mal, was wir hier denn eigentlich noch so im Pass haben. Das dunkle... Ah, nee, warte. Nee, nee, warte, warte, warte. Das dunkle... Ja, ist eigentlich schade, dass man das ganze dunkle jetzt... Jetzt im Moment noch verschenkt. Also, so, einmal den, einmal den. Und hier hinten sind wir noch nicht ganz so weit. Aber das sieht ganz gut aus. Ich denke mal, in ein, anderthalb Angriffen, die machen wir auf jeden Fall noch. Die Folge wird heute einfach mal ein bisschen länger, würde ich sagen. Dann machen wir einen kurzen Cut. Rängen wir hier durch und dann machen wir noch weiter. Auch noch einen Drachenangriff. Naja, auch sehr komisch. Ich bin ja jetzt eben in die Titan League gekommen. Titan 3. Und die Suche geht jetzt. Plötzlich geht die Suche hier gar nicht mal so schlecht. Ich habe hier mal was komplett ohne Heiler dabei. Und Erdbebenzauber und Sprungzauber. Okay. Dann machen wir uns das hier schon mal auf. Und springen hier mal mit unserer Meute rein. Ich gucke mal, habe ich... Ah, ich habe zwei Tanks dabei. Okay. Ich habe zwei Tanks dabei. Dann geht es hier rüber. Okay. Und dann nehmen wir das mal rein. Die können ja jetzt... Die können alle hier rüber springen. Das ist ja perfekt. Besser geht es gar nicht. Besser geht es gar nicht. Die können jetzt alle mal rüber. Ich habe irgendwie ein bisschen... So ein bisschen bunter Truppenmixt dabei. Okay. Helden mit rein. Queen hier mit drin. Und den Worden. Oh, der steht noch auf Luft. Das ist blöde. Und sie hier kann da auch springen. Obwohl die sowieso über alles rüber springen, ne? Alles klar. Okay. Dann gehen wir hier mal jetzt rein in die Mitte. Dass wir das hier noch irgendwo... Oh, was haben wir da? Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück haben wir von denen. Oh, das geht hier ein bisschen rund. Runter. Okay. Das geht hier gerade so ein bisschen rund. Das ist aber nicht so schlimm. Aber meine Bowler gehen dort eigentlich ganz gut. Eben mal die Meute in die Unverwundbarkeit bringen. Und ich muss mal wieder nicht das Rathaus haben. Und diesmal kriege ich es auch nicht. Okay. Ich muss mal wieder nicht das Rathaus bekommen. Alles klar. Zack. Da kommt noch fett die Luftmine. Wunderbar. Oder? Oder nehmen wir das Rathaus doch mit. Komm, komm, komm. Oh. Vergiss es, ey. Der war ja mal so unnütze wie sonst was. Ja, das hätte ich mir schenken können. Okay. Das hätte ich mir schenken können. Aber wir haben die... Ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt was an Ressourcen geschafft? Ich glaube, wir haben noch nie mal vier Ressourcen jetzt, glaube ich, gerade geholt. Oh Gott, oh Gott. Naja, aber ich habe auch schon wieder was übersehen, Leute. Ich habe schon wieder was übersehen hier bei meiner Road to Max. Ein bisschen geht er ja noch. Okay. Denn ich habe die Luftbomben vergessen. Ich habe die Luftbomben vergessen. Ich habe noch gar nicht alle fertig. Und da geht noch was, da geht noch was gerade so. Okay. Mensch. Doch gar nicht mal so schlecht. Aber wo ist denn das Ganze? Ah, alles in den dicken Sammlern da. Verdammt. Naja, okay. Die kriegen hier hinten noch ein bisschen was raus. Aber der Minenwerfer macht jetzt auch den beiden. Egal aus. Alles klar. Ein bisschen haben wir ja mitgenommen. Aber ich habe noch gar nicht gesehen, Leute, dass ich hier die Luftbomben noch gar nicht gemacht habe. R-Bomben. Alter. Ach, Thorsten. Ach, Thorsten. So, hier können wir aber jetzt noch eine Mauer machen. Und ich kann noch viel, viel mehr Mauer machen. Denn, ach so, lass mich mal eben nachbauen. Und ich habe nämlich einen Trank eingeworfen. Einen, nicht einen Zaubertrank, sondern eine Trainingspotion. Und zwar habe ich hier, glaube ich, schon eine Rune über. Die habe ich, glaube ich, schon über. Die kann ich eigentlich usen. Mach mal voll. Das Zeug. Und dann können wir noch ein paar Mauern machen hier. Denn die müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Eine. Zwei. Okay, dann muss ich jetzt auch hier hinten beim Boden die Mauern weitermachen. Drei. Okay, vier Stück kriegen wir nicht mehr hin. Schade, vier Stück kriegen wir nicht mehr hin. Dann kann ich die aber schon mal im Pass aufnehmen hier für schlechte Tage. Und da ist sie nämlich. Und wir haben den Skin. Wir haben den Skin und können ihn jetzt auch claimen. Das Heldenbuch können wir leider... Ah, doch, das können wir auch noch nehmen. Mir fehlt nämlich ein Heldenbuch. Weil ich ja alle auch ausgegeben habe. Hier haben wir jetzt noch die beiden Elixierruhen. Das ist sehr, sehr schick. Und dann können wir hier Change Skin sagen. Obwohl ich den Skin sehr, sehr schön finde von der Queen. Nehmen wir den ruhig. Ich würde sagen, wir nehmen den ruhig. Und dann haben wir hier nämlich das Uhrzeitgespann King. Den Worden. Und auch, also einmal den King. Uhrzeit King. Uhrzeit Queen. Und einmal Uhrzeit Worden. Haben wir die beisammen. Und da mache ich noch einen Angriff mit euch. Mit... Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, mit... Mit was. Mal wieder mit den Flügeln. Aber mal sehen, ob wir nicht noch ein bisschen was reinfahren können hier. Bis gleich. Jo, der hat ein bisschen länger gedauert, jetzt den zu suchen. Aber der hat noch keine so starke Base. Und ich gucke... Das ist auch ein bisschen blöd. Man guckt immer so aufs Dunkle. Der hat nicht genug Dunkles. Okay, wenn du es nicht mehr brauchst. Aber es ist auch ein bisschen dusselig. Ich denke mal, wir gehen mal mit dem King und mit der Queen hier vor. Da sind die beiden schön im Gewand hier. Ja, wunderbar. Die Uhrzeit... Die Uhrzeitlichen müssen es jetzt erstmal regeln. Hier bis zum Feger. Der muss weg. Der Feger muss erstmal weg. Komm, die Kamm hat das mal. Perfekt. Sehr schön. Oh, scheiße. Ach, du... Chris, die Tür nicht zu. Ach, du... Jene. Ein E-Drache. Okay. Aber mein King quält sich dann auch bis zur Clanburg durch. Okay. Und meine Queen kriegt jetzt allerdings extremst Beschuss gerade. Und den Elektro-Dachan sollte sie schaffen. Ja, schafft noch beides. Wunderbar. Dann nehmen wir hier auf der Ecke hier, würde ich jetzt mal sagen, ein 212. Den raus. Ah, jetzt habe ich gar kein... Wieso habe ich denn jetzt keinen Clon-Spell? Na, egal. Dann muss es der tun. Dann muss es der hier einmal machen. Ach, ich habe... Ach, ich habe auch kein Elektro-Dachan da drin. Jetzt sehe ich es. Leute, Leute. Sagt mir das doch. Ja, mach mal den Feger da weg. Wunderbar. Sehr schick. Und einmal den Borden ist auch richtig... Oh, 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 oh. Leute, Leute. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist... Das ist ja mein Drache. Ich dachte gerade, das wäre der Kleinburg-Drache, Leute. Verdammt. Ach, ja. Ich dachte gerade, das wäre der Kleinburg-Drache, ehrlich. Naja. Okay. So, was haben wir hier noch? Dann können wir hier aufs Rathaus zustürmen. Schon mal so ein ganzes bisschen. Okay, da ist die Tornado-Falle. Hier ist ein Single-Inferno. So, wo ist denn meine Championnat hin? Ah, die macht da hinten alles kaputt. Perfekt. Da ist auch nichts zu befürchten. Dann können wir den auch mal zünden. Nicht, dass wir den vergessen. Und die beiden Free-Spells brauche ich nicht mehr. Ah, wunderbar. Ah, geht doch. Okay, Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich meine, wenn es hier zum Max-Farm geht, dann kann ich das auch nicht in 10 Minuten immer so mit euch abgestücken. Deswegen habe ich mir heute mal gedacht, mach es mal ein bisschen länger. Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja die Zeit und ihr habt die Zeit auch. Aber ich habe noch ein paar Reserven jetzt eben in meiner kleinen Pause nochmal die allerletzten Reserven jetzt für die, vor allen Dingen für die Mauern gemacht. Und habe jetzt auch im Nachthof die Mauern soweit fertig gemacht. Ich glaube, da fehlen mir auch nicht mehr ganz so viele. Denn, ähm, so, die bauen wir nochmal nach. Fix, fix. Das muss ja alles schnell gehen hier im Boost. Und dann habe ich nämlich, glaube ich, ich glaube, ich kann noch eine Mauer machen mit den sechs Mauerringen aus dem Pass. Okay, da haben wir aber ganz gut was geschafft hier. Was müssen wir jetzt noch machen? Zehn Teile insgesamt. Sechs Airbomben, sechs Bomben und da oben noch eine Bombe. Also elf Sachen müssen wir noch ausbauen. Aber die haben jetzt auch nicht mehr so die super lange Laufzeit. Und das könnte, ob das noch diesen Monat was wird, ich weiß es nicht genau. Aber was haben wir heute? Sechzehnte, elf Tage, da wird vielleicht noch diesen Monat was. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Trank, den ich mir dann holen kann. Und auch hier eben in dem Dorf habe ich jetzt eben noch ein paar Mauern hochgekloppt. Also sieben Stück sind es hier noch. Passt, es geht voran. Road to Max. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Auch wenn es heute ein bisschen länger geworden ist, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir jetzt. Das ist das Ende. Einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen und auch vielleicht auf Twitch die Glocke stellen. Dann verpasst du auch keine Livestreams mehr von mir. Und ich würde sagen, bleibt gesund Leute. Euer Toto. Clashed. Ich bin erinnert. Bis zum nächsten Mal.